So, wir haben die Finale. Emre gegen Unki Senator. Oh, 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 oh. 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 Diese scheiß Taktik, nur dazu kostet. Die Beneflanke. Guck mal, Baran läuft. Oder? Doch nicht. Ich glaube, ich wäre ein guter Motten. Nee, nee, nee. Einfach, wie das so random reingeschrieben kommt. Aber okay. Gut, wenn du gewinnst, super. Geil, Chaser. Wir haben auch schon verloren, aber dann auch wirklich, wenn wir verdienen, wirklich verdient so. Ich glaube, wir haben nicht einmal so richtig unverdient verloren. Das 2v2 macht mir persönlich viel mehr Spaß, ja. Ich schwör, wenn Chaser nervt, einfach muten. Im Qualifier bei 2v2. Ich hab den einfach gemutet, ne. Content-Creator, gern kein VIP. Aber warum Content-Creator? Was hat denn das mit dem 1 zu tun? Oh, du bist Academy-Spieler. Auf dich wird drauf gespuckt. Academy-Spieler will mir was sagen. Oh, Emre. Emre. Was geht hier? Einfach Primäre. 2 Nachrichten. Aber mach nicht mehr als 10. Damit es clean aussieht. Zu krass. Passiert hier auch nochmal was? Was war das Beste? Entweder Levenken gegen Levi Freddy. oder Emre gegen Levenken. Ich weiß grad nicht, wer noch gezockt hat, der... Ich... Wie für Emre ist das? Bro. Why you say that, bro? Elverschießen. Aha. Oh. Wie für Emre. Emre. Wieso Werbung? Ich hab keine Werbung gedrückt. Ihr wisst, wenn ich Werbung drücke, dann mach ich es außerhalb der Games. Wenn Werbung kommt, ist es von Twitch. Aber ich würd niemals... Niemals im... Elfmeterschießen. Werbung drücken. Emre hat gewonnen. GG's in den Chat. Weiß ich nicht, ähm... Jo, wo war ich das... Was soll ich das wissen, Bro? Ich zock ja grad nicht. Emre hat einfach gewonnen, ne? GG's. GG's to Emre. 11 Milliarden, 20 73 Bis zum nächsten Mal.